Okay, das ist jetzt ein wenig ungünstig für mich. Ich dachte, ich hänge ihn, ich hänge das Konter, ich hänge ihn rein. Jetzt hat er das geblockt. Ja, schwierige Situation, aber lösbar, selbstverständlich. So, er macht seinen Schlag, ich gehe rein, eins, zwei. Der hat mir meinen Konter abgewehrt. So, nochmals, er kommt, bamm, er will rein und jetzt hat er das abgewehrt. So, folge von dem, ich mache einen Schritt nach innen, ziehe da zusammen und komme gerade innen. Klassische Tiger-Position, vom Tiger-Stil her kommend. So, von da, er kommt, bamm, ich gehe rein, bamm, komme wieder nach vorne. So, nochmals, eins, zwei, laufen rein, komme gerade hin, das Ziel mit dieser Fläche schlagen. Da kann ich dann noch reissen, wenn ich will, was dann alles ganz schlimm macht. Darum zum Üben vielleicht nicht machen. Wöchtest du noch mehr gefährliche und effiziente Techniken? Du weisst, wo wir schauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Diste. Das war's.